Ich wieder, ne? Okay. Hallo zusammen! Hallo! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Auf der anderen Seite musst du mal drehen. Hier bin ich! Hallo! Aber du wolltest was sagen jetzt, ne? Genau. Kommen wir nochmal zurück. Hallo! Wir testen für euch Spiele für Kicker Live. Dream Team! Hallo! Hallo! Und wie heißt das Spiel, was wir jetzt drehen werden? Ja. Na? Wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Es heißt anziehen. Wir testen das für euch. Und zwar bin ich blind und darf Bett anziehen. Danach soll er schön aussehen. Sind wir jetzt wieder hier zusammen? Ich hoffe ja. Ist doch verrückt diese Technik. Ich seh nämlich nichts. Geht's los? In 3, 2, 1... Dream Team! Oh, guck mal, das fühlt sich doch super an. Du bist nur Fan! Fehl' doch meine Toppen einmal. Also, und... Arm rein! Schneller! Anziehen! Richtig anziehen! Nur richtig angezogene Klamotten zählen, Jess. Ja. Kann auch der angezogen wird ein bisschen mithelfen vielleicht? Griechischer Wein! Ne, das geht nicht. Aber das ist stylingtechnisch echt ein Sex, was du hier machst, Jess. Ich kann's nicht sehen. Okay. Dann sei dir Fazit. Nur richtig angezogene Sachen zählen. Dengel, 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 Dengel. Oh, hier ist ein Rollstack. Warte, hab ich eigentlich hier zwei Arme. Komm. Nächster. Warte. Oh, ich hab Angst, mich zu stoßen. Ich seh grad aus wie Kenny Ost. Was denn, du musst in deinen Kopf? Ja. Ganz langsam, geh du rein. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Stell dir vor, wir haben keine Zeit noch. Los, einen noch! Eins noch! Fünf. Vier. Drei. Drei. Eins. Oh, der wird jetzt nicht mehr gezählt, Jessica. Schade. Da warst du zu langsam. Mit schönen grünen. Na, Jessi, wollen wir shoppen gehen? Also, ja, ich finde die aus. Aber sehr gut. Also vom Styling her top. Wie viel Teil haben wir denn? Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Geheimwaffe. Rucksack. Fünf. Fünf Teile, gar nicht schlecht. Auf, dass es die Kandidaten besser machen. Ich glaub, die haben mehr drauf. Bis später. Tschüss. Gingst du eigentlich immer so?